Und dann begrüße ich euch zu unserer ersten Demo am siebten und letzten Steam Next Fest Tag hier auf meinem Kanal. Das nächste Spiel heißt Forgotten Mines und über das Spiel bin ich ursprünglich mal durch eine PR-Agentur gestolpert, die mir so ihre Spiele für 2024 vorgestellt hat und da war das Spiel auch dabei und dann habe ich mir die so ein bisschen angeguckt und habe halt gesehen, oh ein Spiel mit Zwergen, ich mag Zwerge, das finde ich ganz interessant. Und als ich jetzt die Demo gesehen habe, dachte ich mir, vielleicht gucken wir doch erstmal in die Demo rein, ob mir das Spiel überhaupt zusagt oder nicht, bevor ich mir da jetzt irgendwie einen I geben lasse, um da irgendwie eine komplette 2-Stunden-Folge oder so draus zu machen, wenn das nachher doch gar nichts für mich ist. Von daher, falls das Spiel was taugt oder ich da Spaß dran habe, sagen wir mal so, das kann ja auch was taugen, ohne dass ich da Lust drauf habe, sehen wir das vielleicht nochmal wieder in Zukunft in längerer Form, aber so verschaffen wir uns jetzt mal einen kurzen Ersteindruck. Hallöchen Chiaro, ja, das hübsche Spiel, ne? Gut, ähm, dann würde ich sagen, 15 Minuten für Forgotten Minds, achso, ich kann vielleicht nur kurz sagen, ich glaube, das ist ein Turn-Base-Strategie-Spiel. Der Look ist auch relativ ähnlich zu dem hier, allerdings aus Vogelperspektive. Was man genau macht und welches Hauptgenre ist da vielleicht noch drinstecken, kann ich gar nicht mehr sagen. Ähm, aber ja, gucken wir mal. Gut, 15 Minuten mit Forgotten Minds ab jetzt. Eine weitere Expedition kämpft sich durch die vergessenen Minen von Dorfgrat, die einst florierende Hauptstadt der Zwerge und ihre produktivste Mine. Randir, Balimor und Krälin bahnen sich seit Tagen wie sein... Ich mag keine automatisch weggehenden Texte. Okay. Äh, das ist ein Screen, den man vielleicht Stück für Stück durchgehen sollte. Aber gut, wir versuchen es mal in 15 Minuten. Character Sheet, Page 1 von 2. The first page indicates your statistics and equipment. Ich glaube, wir können den Turn noch ein bisschen leiser machen. Ähm, attack ist added to physical damage. Defense reduces enemy damage. Vertical hit chance when attacking. Ja, ist da. Movement, determine how far you can move with 1 AP. Magic Power und Healing Power. Character Sheet 2 von 2. The second page indicates the base traits and perks of the character and the ones you get at each level. Okay, können wir hier so zwischen 100 hair switchen? Okay, habe ich glaube ich verstanden. Active Carrier with actual action points. And list of skills. You can't have more than 5 AP at the same time. Your iron and gold can be used to buy or upgrade item during the run. Gems will allow you to upgrade your expedition between runs. Okay, also das ist für... Also das ist Roguelike auf jeden Fall schon mal mit drin, I guess. Setting menu, inventory slots. You manipulate item by drag and drop over character item slots. Wo haben wir die character items? Weiß ich noch nicht. Idee wahrscheinlich, ne? Bin for destroying them. For merchant chest to sell it. Take care. It costs AP to equip items during combat, but potions are free of use. Turn count. Manually skip turn button. Can be changed in the settings. The last turn before reinforcement will never skip without player validation. Extra position in dungeon and list of floor rooms. Okay. Nächste Seite. Ach du scheiße. Okay. As the leader of the expeditionary force, your goal is to retake the mines from the demons that stole it. For this, you will have to go through 4th floor with 5 rooms each. In each room, you will have to defeat all present enemies within the turn limit before advancing. Man hat mich ein bisschen, dass die englische Übersetzung ein bisschen holprig ist. Ich frage mich jetzt direkt, wo das Spiel gemacht wurde. Remember, Seller and Blacksmith are costly. Do not forget to collect some iron and gold off from the mines while progressing. You will have 8 turns in normal room and 15 in boss rooms. Don't worry, it's not the end if you go over the limit. But 3 waves of reinforcements will come and you don't want your expedition to be in the room in the last one. So, dann haben wir hier noch so gelbe, äh, weiße Sparks irgendwie. Each character begins with 2 action points. Also, das sind die Unterlings. They will gain more at level 3, 5 and with items. You can use AP to move or to use skills. The movement distance for 1 AP is indicated by yellow zone. And by dem Schriefel-Symbol, okay. Skill list and cost is indicated on the bottom left when selecting a character. Das ist in D hier, I guess. The attack zone will be indicated by a red zone. Take care. When a hero is out of AP, he will be unusable. Even for 0 cost skills. Okay. So, some big skill will add fatigue point. Okay, St. Donovan was anders als das da. Each fatigue point will improve the AP cost of fatigue-related skill by 1. If you have two skills working with fatigue points and use one, the AP cost will improve for the two skills. Fatigue can be generated by other means, for example a unit with movement lesser than 1 when moving generates one point of fatigue. Das habe ich nicht verstanden. Once all the enemies are beaten, this button will appear, allowing you to go further into the mine. Take your time, but remember, reinforcement will come if you stay too long in a room. Okay, also ich würde sagen, das Spiel ist noch in einem sehr frühen Stadium, dass die das Tutorial in so einer Art und Weise erstellen müssen. Ich hoffe, das ändern die noch, weil das ist, äh, weiß nicht. Das ist nicht so gut. So, wir haben jetzt hier unsere drei Charaktere. Und wir dürfen die jetzt wahrscheinlich platzieren, unsere Leute, oder? Als erstes platzieren wir hier unseren Ritter. Dann unseren Bogenschützen und unseren, äh, shit, jetzt heißt es genau andersrum gemacht. Das war, glaube ich, nicht so schlimm. Hätte ich aber vielleicht eher andersrum gemacht. Die Musik ist aber auch, äh, aufregend. Warum haben wir eigentlich schon so angeschlagen? So, was haben wir denn? Schneiden, greife mit einer Klinge an, oder schützen, blockt den nächsten physischen Angriff. Ja, wir greifen da jetzt einfach erstmal, wir schneiden immer hier durch den, die Bogenschützen, die in die vordere Reihe gepackt wurden. Okay, Test-Set-Tor funktioniert auch. Okay, der ist aber noch nicht dead. Kann ich mir hier den Charakter irgendwie angucken? Okay, ich weiß nicht, wie viel HP der hat. Und toter Donnerschütze. Ach so, da oben, ach, hier sind die HP-Balken. Ach, du Scheiße, die halten ja ultra viel aus. Ich bin jetzt aber mal gespannt, ob ich hier über die anderen zuschießen kann. So, zuschlagen, ein donnernder Hieb, heilen, läutern. Lebt alle negativen Effekte auf, steckt eine Resistenzen, lässt einen Eisspeer aus dem Boden schießen. 3 W, 6 plus 10. Okay. Ja, also es hat durch jeden Fall so ein bisschen, ich kann nicht Dungeon & Dragon-Vibes. Aber der Eissapfen trifft wahrscheinlich nur eine Zone, oder? Okay, jetzt können wir uns aber auch mehr leider nicht leisten. Okay, wäre jetzt auch die Frage gewesen, hätte ich vielleicht schon heilen können, wo unsere Leute doch schon angeschlagen sind. Aber wir können uns ja auch Dingspunkte sparen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir immer 3 Punkte zurückkriegen. So, schießen. Schießt einen Pfeil in gerader Linie ab. Trotz der Seite Sprinte bis zu 2 Felder horizontal. Kostensteigen mit Einsatz. Das Reset bei Neuer Runde und widerstehen. Okay. Ja, der kann ja eh nicht durchschlagen. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal für den Moment. Ich habe das Gefühl, das sind irgendwie ein bisschen viele Gegner. Ich bin, ja klar, meine Einheiten sterben sofort. Okay, wir werden also sofort daimend. Gut. Cool. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, das zu lesen, weil ich das Gefühl habe, dass das eh gleich weg ist, ja. Randiabalima und Krälin haben zwar ihr Leben gelassen, doch das Zwergenreich wird weitere Expeditionen aussenden, bis die Minen von Dorfgrat endlich zurückerobert sind. Diese neuen Expeditionen werden durch die zunehmenden Investitionen des Hochkönigs nach und nach immer stärker werden. Okay, also das war der Raum, in dem wir einfach sterben sollten. In speziellen Felsen findest du Juwelen, die du sammeln und in Boni für zukünftige Expeditionen investieren kannst. Mit Juwelen kannst du Amulette, Klassen und andere Upgrades kaufen. Probieren wir es doch gleich einmal aus. Wähle eine neue Klasse und erhalte. So, Streiter, Berserker oder Dieb. Klingenstich, ein brutaler, durchbohrender Angriff mit der Spitze des Schwertes. Du bist außer dir vor Zorn, drei Runden lang plus 15 Angriff, minus 5 Verteidigung. Und die geben alle zwei Dinger. Die bitze dem Gegner ein wenig Beute. Der hat aber ein Schild. Viele Klassen, darf ich jetzt drei Klassen wählen oder... Wähle ein neues Amulett und erhalte. Amulett des Hammers erhöht den Schaden gegen Goblins, Schaden gegen Orks, Schaden gegen Felsen, Schaden gegen Truhen oder 30 Eisenbahnen. Ja, keine Ahnung. Wir mögen keine Truhen. Tief, fast die ganze Zeit schon rum. Wir haben noch nichts gesehen von dem Spiel. Oder kaum. Du kannst noch viele weitere Klassenamulette kaufen, indem du im Titelbildschirm auf Upgrades klickst. Bin ich auch immer gespannt, wenn wir jetzt wirklich mit einem Charakter losrennen. So, jetzt haben wir doch wieder irgendwie eine andere Gruppe oder was? Achso, hier sind jetzt unsere freigeschalteten Charaktere. Mehr Amulette habe ich noch nicht. Ich lasse das jetzt erstmal alles so, weil... Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich lasse jetzt erstmal alles, wie es ist. Es bleibt alles so hier, wie es ist. So, die fruchtbaren Hallen. Oh, sind auch schon wieder viele Gegner. Die halten hoffentlich nicht so viel aus. So, unser Tank steht hier. Unser Magier... Steht dahinter. Und unser Bogenschützer steht da. Warte mal, wie weit ging sein Schuss? Mehr so weit? Nee, ne? Machen wir sicherheitshalber so. So, guck mal. Jetzt kriegen die ja auch ein bisschen Damage. Erster ist dead. Alles klar, Bommelin. Danke fürs Vorbeigucken und viel Erfolg noch. Bei Last Boost und Grüße an Trees, falls Trees an dir vorbeigewobbelt kommt. Okay, wir können gar nichts mit dem machen. Das waren jetzt natürlich so fortgeschrittene Spells schon. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das hat jetzt auch ein AP gekostet, ne? Das ist auch ein Problem. Hat der jetzt den Schlüssel aufgesammelt? Ich glaube schon. So. Ich mach die Kiste auf. Ich würde sagen, kann Dale schon mal nach vorne laufen. Dale sammelt den Schlüssel ein. Dann sammeln wir hier ein bisschen Zeug ein. So, na gut. Frage ist, kann ich über Wasser gehen hier? So tief zum Überqueren. Okay, das heißt, da komm ich gar nicht hin. Gut. Oh. So, was ist das? Kann ich sehen, was das ist? Ne. Ich war länger mal einmal. Weil ich glaube, dafür war jetzt das Tutorial am Anfang so. So. Ich glaube, das Aufsammeln mache ich gleich mit einem anderen Charakter. Wir werden hier erstmal die Kisten aufmachen. So, was haben wir da jetzt bekommen? Handschuhe. Ein gut gefertigter Lederhandschuh mit einem Rüstung. Das heißt aber, okay, der hat schon... Dann kriegt der erstmal den Handschuh. So, was haben wir hier noch? Vampir-Schild. Anscheinend mal nur der eine tragen. Verteidigt nur jene, die bereit sind, den blutigen Preis zu bezahlen. Okay, was ist denn der blutige Preis? Gibt auf jeden Fall 8 Schild. Kann ich hier irgendwie vergleichen mit dem, was ich habe? Okay, meiner macht einfach nur 3. Ja, my not. Danke. Hab ich mit dem schon angegriffen? Oh, das sind ja diese Kristalle, die sind wichtig. So, jetzt kommen die Verstärkungen gleich. Aber ich kann jetzt, glaube ich, auch in den nächsten Raum gehen, ne? Aber jetzt kann ich das hier nicht mehr aufsammeln. Das ist natürlich schade. Hätte ich doch nicht den hier anhauen sollen vielleicht. Kann ich jetzt trotzdem noch den Raum verlassen? Naja, jetzt kann ich, oh shit, jetzt kann ich den Raum nicht mehr verlassen, oder was? Vielleicht habe ich, äh, einen Fehler begangen. Oh, jetzt kann man hier aber über das Wasser drüber. Dann hätte ich zur Kiste gehen können. Aber eigentlich wollte ich ja nur das hier aufsammeln. Oh shit. Hier hält ein bisschen was aus. Hört er seinen eigenen Dude an? Oh Gott, mein Dude stirbt ja hier fast. Okay, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Vielleicht war das ein Fehler. Ja, der Heal ist auch richtig doll gut. Vampir-Schild. What is happening? Blutmagie. Der Wirker muss für diese Aktion TP opfern. Ich passe gut ins Charakter-Design. Kacke, ich sterbe jetzt. Wollt ihr noch nicht sterben. Der Bogenschütze? Naja. Aber ja. Okay. Ja, das ist ja jetzt, äh, ein Problem hier. Warum habe ich Schaden genommen gerade beim Heilen? Nein, das check ich nicht. Ähm. Ich finde ich ein bisschen doof, dass ich jetzt nicht einfach fliehen konnte. Ich bin auch nicht tot. Okay, wir sind direkt gestorben. Perfekt. Gut. F-, das habe ich auch verdient. So, ich versuche mal ganz schnell nochmal eine neue Runde zu machen. Ist das dasselbe nochmal? Ja, ne? Ja, ist dasselbe nochmal. Achso, jetzt hätte ich eigentlich anders setzen können. Ah, egal. Gut, aber bis jetzt hat es mich leider noch nicht so bekommen, muss ich sagen. Na durch Beach, wie geht's dir? Oh, wir haben zwei Schlüssel. Ach, deswegen gingen die, äh, Kisten wahrscheinlich auch auf, ne? Weil wir Schlüssel hatten. Der Timer vorbei. So, wir sammeln jetzt nur noch das Zeug an, aber wir gehen in den nächsten Raum, bevor die Verstärkung kommt diesmal. Okay, wir kriegen aber auch anderen Loot diesmal. Oh, ein Bogen. Bogen aus dunkler Eiche. Das ist 8 und 15. Okay, ist schon mal besser als das hier. Was macht der Schönes? Schießt einen. Okay, ist das selber. So, ähm, wir hatten kurz ein Internet-Aussetzer, wie immer. Ähm, diejenigen auf Twitch wieder einmal Pause-Play drücken. Und hallo Jackie. So, so sieht der Screen jetzt aus, wenn man, äh, dann auch rechtzeitig rausgeht. Ich hab jetzt hier einen sehr gut bekommen für Gegner besiegt, weil wir alle Gegner gekillt haben. Okay. Zahn verursacht und so, war alles gut. Runde, weil ich jetzt so lange gedauert, äh, gebraucht hab, war jetzt Mittel. Ich mein, ich hatte sie ja früher gekillt, aber ich hab ja noch Zeug eingesammelt. Ich weiß jetzt nicht, ob sich dieses Grade hier jetzt auf das bezieht. Oder auf die Kriegsbeute. Ähm, naja. Also von der Nähe hab ich halt das Gefühl, es ist eher hier drauf. Sonst hätte ich das wahrscheinlich eher hierhin gemacht, aber gut. Aber ich glaube, damit belassen wir es auch erstmal bei Forgotten Meins. Ich bin ein bisschen underwhelmed bis jetzt, muss ich sagen. Eine kleine Kammer voller verkrusteten Schleim und einem merkwürdigen Geruch nach Moschus und Nüssen. Eine kleine Metalltruhe mit einem einzigartigen Schloss steht darin. Versuchen die Truhe zu öffnen. Vor Knacken braucht man einen Dieb oder mit Gewaltsam. 30 Angriff haben wir aber nicht. Wir versuchen mal die zu öffnen. Alle Anwesenden versuchen reihum die Truhe aufzubrechen, doch vergebens. Ja, schade. Und jetzt sind wir halt einfach im nächsten Raum. Ja, okay. Ähm, also für das Spiel würde ich sagen, fehlt so ein bisschen die Zeit, um das richtig zu testen. Aber so mein erster Eindruck ist jetzt halt ein bisschen... Wo sind jetzt so die... Features, die das Spiel irgendwie besonders machen im Vergleich zu anderen Spielen. Weil ich hab so das Gefühl, in diesem Genre gibt es einfach so viele Spiele. Und da müsste ich jetzt ein paar Gründe wissen, warum dieses Spiel jetzt irgendwie anderen zu bevorzugen wäre. Da fehlt mir vielleicht auch ein bisschen die Expertise in dem Genre für. Aber ich würde jetzt schon mal so sagen, die Grafik ist es wahrscheinlich nicht. Ähm, generell die Darstellung hat auf jeden Fall noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Ähm, das ist noch gnädig ausgedrückt. Ja, also ich weiß es aktuell noch nicht. Ich glaub, in dem jetzigen Status, wie ich es jetzt gerade hier vor mir hab, kann ich dafür erstmal nur zwei Sterne geben. Ich find's jetzt nicht per se schlecht, aber... Für Toil muss noch gemacht werden und ich seh im Moment noch nicht so richtig die Gründe, warum man das jetzt hier anderen Spielen irgendwie vorziehen sollte. Außer, dass es vielleicht relativ... ...allein ist. Aber jetzt selbst fürs Handy oder so für unterwegs würde ich das wahrscheinlich... ...da würde ich dann auch lieber andere Spiele bevorzugen. Von daher bin ich erstmal bei zwei Sternen und, ja... ...würde es dann eher mal im Auge behalten, gucken, wie es sich entwickelt. Dann sag ich schon mal tschüss, YouTube. Danke fürs zu gucken und wenn ihr wollt, bis zur nächsten Demo. Bye, bye. Bye.